Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu COD-R1 Wollen wir mal schauen, wie es hier weiter geht, wo? So stellen sie den Panzer an, den Panzerabwehr, die schützen im ersten Stock Also müssen sie runter Was ist denn da irgendwo? Ich weiß es im Moment nicht Probieren das einfach mal Hier Das ist doch hier Das sind Teile Was ist denn wohl, ne? Macht ja Sinn, ne? Zweiter Stock, also hoch Wo geht's denn hoch? Au, 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 au Ja, lecker Ja, lecker Ja, lecker Oh, shit. Ich muss nur durchhalten, eigentlich. Dumpen, Dreck, Säcker. Dumpen, Dreck, Säcker. Dumpen, Dreck, Säcker. Dreck, Säcker. Dreck, Säcker. Dreck, Säcker. Aber das sieht ganz gut aus. Da kommt der jetzt wieder angerollt. Andere Seite, wa? Dreck, Säcker. Au, 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 au. Ah, ah, ah. Mann, ey, von hinten, ey. Mal gucken, ich lauf mal runter in den Keller. Guck mal an meine Colen. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Bisschen finde. Bisschen versuch wert, ne? Ich hab das gesehen. Ah. Mann. Das gibt's nicht. Kann einfach nicht wahr sein. Ich darf weiter nach oben mal. Ist eigentlich nur die Zeit da durchhalten, ne? und dann hab ich schon. Ah. Ah. Mann. Komm schon, ey, ich muss doch zu Schatten sein hier, keine Wahrsein. Können sie nur so von hinten vermeiden, oder? Ja, du Scheiße. Ja, du Scheiße. Hat er mich noch erwischt, kann nicht wahr sein. Lauf, 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 ab nach oben. Jetzt probieren wir nochmal. Wo denn? Wer denn? Was denn? So gut wie Torotieren? Nein! Glaub das einfach nicht, ne? So, nur noch eine Minute. Okay. Kannst du schaffen sein nur. Los! Gib mir jemand Deckung! I smell you again. Das habe ich euch. Okay. Ah. Na komm schon, die paar Sekunden noch, das muss man schaffen hier. So, sieht so aus, ne? Jetzt hätten wir was gepackt hier. Geht weiter. Kann ich Truppen hausthalten. Ja, können ja alle herkommen, machen alle kalt hier. Au, 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 au. Ich glaube, ich spinne hier. Treffen die sich vorne mit der Verstärkung. Jo, machen wir das. Aha, jetzt geht weiter. Endlich. Da unten, auslaufen. Okay. Machen wir noch glatt. Ein paar Granaten noch mitnehmen. Ja wunderbar. Nächster Level, jawoll. Jo. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn's wieder heißt COD1, bist du hin, ne? Hau da rein. Dann. Und dann. Vielen Dank.